Moin, Malte hier von Fly and Sail. Wir wollten euch heute einmal erzählen, wie ihr das Takuma Kawa am besten startet, wie ihr, wenn ihr gestartet seid, noch mehr Spaß mit dem Brett haben könnt und wie ihr die Entscheidung fällt, ob das Takuma Kawa überhaupt das richtige Brett für euch ist oder das Cruiser. Die Frage, ob das Kawa das richtige Board für euch ist, ist relativ schnell beantwortet. Wenn ihr in der Lage seid, im fäulenden Zustand einen Shuffleschritt zu vollführen oder den Fußwechsel beim Wingfoilen macht, dann wäre das Kawa das richtige für euch. Die Frage, wie ihr mehr Spaß mit dem Takuma Kawa haben könnt, ist fast genauso schnell beantwortet und das ist die gleiche Antwort, wie warum ihr euch überhaupt für ein Takuma Brett entscheiden sollt. Das Takuma Kawa ist nicht deswegen das beste E-Fall ever, weil es irgendwie einen besonders starken Motor hat oder das Brett besonders schön ist oder die Batterien länger halten, sondern das sind die Flügel. Die Folls sind letztendlich das, was ihr unter Wasser benutzt und auf den ihr nachher fliegt. Und Takuma hat mit Abstand wirklich die schönsten Folls momentan. Gerade für Welle, also die Kujiras sind für die Welle entwickelt und somit natürlich auch für das Kawa perfekt, zum Carven. Und beim Kawa habt ihr halt die Möglichkeit, genauso wie beim Cruiser auch, alle Folls von der Takuma Serie zu benutzen. Wenn ihr ein bisschen schwerer seid, könnt ihr zum Beispiel den 1700er draufpacken. Ausgeliefert wird es mit dem 1500er oder mein Lieblingsfoil, mein Lieblingsflügel ist der 1210er, den ich halt auch sehr viel jetzt ohne E-Foll in der Welle fahre oder auch beim Wingfoilen. Und auch mein Liebster Foil eigentlich unter dem Takuma Kawa. Die Frage mit dem Starten dauert jetzt ein bisschen länger. Es gibt drei verschiedene Arten, wie ihr starten könnt. Im Liegen, im Knien oder im Stehen. Stehen wäre nur für Leute, die wirklich schon gut foilen können. Knien ist für mich ganz gut mit meiner Gewichtsklasse. Ich wiege im Moment 82 Kilo. Liegen wäre dann für alles über 90 Kilo. Vermeidet erstmal mit dem Foll rauszukommen und bringt das Brett erstmal ins Gleiten. Das Takuma Kawa ist klein und muss halt erstmal ins Gleiten gebracht werden. Der Foll muss erstmal aktiviert werden, es muss genug Strömung anliegen, um ihn dann rauszuhebeln. Im Liegen ist wie gesagt das Wichtigste, erstmal das Brett ins Gleiten zu bringen. Das ist im Liegen am einfachsten, aber jede Geschwindigkeitsveränderung bedingt gleich wieder eine Gewichtsverlagerung. Das heißt, ich muss so ein bisschen auf dem Brett hin und her robben. Sobald ich merke, die Nase geht nach oben, stellt sich der Wing an. Wenn er sich zu viel anstellt bei zu geringer Geschwindigkeit, reißt die obere Strömung ab und ich liege wieder auf dem Brett. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Spiel zwischen Nase zu weit oben, nach vorne robben, Geschwindigkeit sammeln, ganz leicht nach hinten robben und irgendwann dann, sobald ihr merkt, okay, da ist jetzt genug Geschwindigkeit vorhanden, das Board beschleunigt von sich aus, könnt ihr auf die Knie und das gleiche Spiel auf den Knien nochmal weiterführen, wie wir gleich drauf eingehen beim Kniestart. Ah, dann das Wasserflugzeug. Das Starten im Knien ist ein wenig einfacher, weil ich da mehr Möglichkeiten habe, mein Gewicht zu verschiften. Gewicht verschiften ist immer minimalst, also wenn ihr folgt, wisst ihr, 5% ungefähr von dem, was ich auf dem Wellenreiter oder auf dem Windsurfer geben würde, sprich von außen eigentlich nicht sichtbar. Genauso ist es auch im Knien. Ich verschiebe meinen Popo quasi von hinten nach vorne und immer nur, um, wie gesagt, den Fäul minimal anzustellen, wieder gerade zu stellen, um Geschwindigkeit zu sammeln und mich so langsam hoch zu schaukeln. Das Anfangen im Stehen ist eigentlich das Schwierigste. Ich muss halt gucken, dass ich weder zu viel Anstellwinkel gebe, noch das Brett zu drunter drücke und mit der Nase dann wieder einbremse. Und es ist eine Art Pumpen, aber wirklich eine minimale Pumpbewegung. Es geht wirklich nur um dieses Anstellwinkel erhöhen, Geschwindigkeit sammeln, Anstellwinkel erhöhen, Geschwindigkeit sammeln. Das Brett muss erstmal voll im Gleiten sein, bevor ihr versucht, auf den Voll zu kommen. Wenn ihr im Stehen das Kawa nicht ins Gleiten bringt, versucht es erstmal im Knien. Wenn ihr im Knien nicht ins Gleiten kommt, legt euch erstmal hin. Und wenn ihr dann mit dem Kawa foilt, habt ihr die Möglichkeit, wirklich sämtliche Flügel von Takuma, insbesondere die Kujiras bis runter zum 1210er, wenn ihr ein bisschen leichter seid, vielleicht sogar den 1095er. Ich komme damit schwierig hoch. Ich fahre auch sehr gerne den 1750 noch, wenn ich es ein bisschen smoother haben möchte. Aber stellt euch erstmal die Frage, kann ich im vollenden Zustand diesen Shuffle-Schritt? Bin ich in der Lage, zum Beispiel beim Wingfoilen die Halse durchzugleiten? Dann wäre das Kawa für euch, ansonsten das Cruiser. Jo. Goody. 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 Vielen Dank.